Moin Moin Freunde meines Kanals und schön, dass ihr an diesem wunderschönen Samstag eingeschaltet habt, am 9.7.2022 und ich würde sagen, damit begrüße ich euch sehr herzlich bei diesem Format. Und ja, um es kurz zu machen, 1.742,50 US-Dollar pro fein und zu Gold dieser Tage, beziehungsweise dieses Wochenende, das sind dann 1.710,57 Euro pro fein und zu Gold und in Euro 18,94 Euro pro fein und zu Silber und in US-Dollar 19,30 US-Dollar pro fein und zu Silber. Okay, so weit, so gut. Mehr möchte ich auf den Gold und in Silberpreis nicht eingehen. Letzten Endes muss sich da jeder selber darüber Gedanken machen, ob er sie sozusagen, dieses Thema im eigenen Portfolio aufstocken möchte oder generell beginnen möchte. Für mich, ich sag's immer wieder, sind das alles Möglichkeiten, um relativ, naja, zu einem vernünftigen Preis in Anführungsstrichen, weil was ist dieser Tage schon vernünftig, ja, in Essilklassen, beziehungsweise in Gold und in Silber einsteigen zu können. Okay, so weit erstmal zu dem Gold und in Silberpreis. Jetzt in das eingemachte Thema. Kampf gegen die Inflation, die EZB steuert auf eine neue Euro-Krise zu. Das ist ein sehr spannender Artikel, der etwas länger dauert, aber doch relativ gut, würde ich sagen, klarlegt, in was für einer Zwickmühle die EZB, also die Europäische Zentralbank, sich wirklich befindet und was für Möglichkeiten, wie in den nächsten kommenden Monaten und ja, zwei, drei, vier Jahren sehen werden können, ja, also das heißt nicht, dass es so kommt, aber das ist so, ja, das ist so, ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also die EZB ist in der Zwickmühle, wenn sie die Inflation bekämpfen will, muss sie ihr Anleihenkaufprogramm stoppen, ja, also das ist erstmal so die Tatsache, doch schon die bloße Ankündigung dessen hat die Zinsen auf südeuropäischer Staatsanleihen extrem in die Höhe schießen lassen. Die Angst vor einer neuen Euro-Krise geht sehr schnell um. Anfang Juni hatte die Europäische Zentralbank, also in dem Fall die EZB, die Abkehr von ihrer jahrelangen Nullzinspolitik angekündigt. Ihr erinnert euch, falls ihr das Thema verfolgt habt. Auf ihrer Ratssitzung hatten die Währungshüter bekannt gegeben, sie beabsichtigen, auf ihrer nächsten Sitzung, also sprich am 21. Juli, den Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben, was den geringstmöglichen Zinsanhebungen von 0,25% entspricht. Zudem hatte die EZB angekündigt, das Anleihenkaufprogramm ab dem 1. Juni, beziehungsweise am 1. Juli, so rum, auslaufen zu lassen. Und jetzt pass auf, die ausrufende Inflation im Euro-Raum oder Teuerung, wir sind ja sozusagen in einer Stagflation noch zumindest, hatte die Währungshüter zu diesem Schritt gezwungen. Im Mai war die Inflationsrate im Euro-Raum auf den Rekordwert von über 8,1% gestiegen und lag damit viermal so hoch wie die EZB-Zielmarke von 2%. Warum diese 2%, das werdet ihr später in diesem Artikel noch erfahren, beziehungsweise in diesem Video, das werde ich euch nochmal gleich verklickern. Merkt euch mal die 8,1% und das von der EZB-Gesetzte, die gesetzte Zielmarke von 2%, das ist nämlich sehr wichtig, ja, das ist wirklich extrem wichtig. Also merkt euch das. Zinswende löst Angst vor einer neuen Euro-Krise aus. Die Anleihenkäufe oder die Anleihenmärkte reagierten schockiert auf die EZB-Ankündigung, die Zinsen zum ersten Mal seit 11 Jahren zu erhöhen und das Anleihenkaufprogramm ab Juli auslaufen zu lassen. Die steigenden Zinsen treffen auf hohe Schuldenstände in Südeuropa. Die Pandemie hat die Staatsschulden in Frankreich, zum Beispiel Griechenland, Italien, Spanien und sogar in Portugal extrem in die Höhe getrieben. In all diesen Ländern, ich würde da noch in Klammern schreiben, Deutschland natürlich auch, in all diesen Ländern liegt die Schuldenquote schon weit über 100%. Die angekündigte Zinswende und die Beendigung des Anleihenkaufprogramms drohen nun die Spreads zwischen südeuropäischen und deutschen Staatsanleihen weiter zu vergrößern. Während Deutschland sich weiter günstig finanzieren kann, könnten steigende Anleihenzinsen in Südeuropa eine neue Euro-Krise auslösen, was selbstverständlich dann, ihr wisst es, auf das ganze Land überschwappen würde, beziehungsweise auf europäische Länder so rum. Und ja, ist klar, was dann passiert, ja. Aber okay, die Zinsen auf italienische Staatsanleihen kletterten zuletzt auf über 4% und lagen damit so hoch wie vor 8 Jahren. Im August 2021 lagen die Zinsen noch bei 0,6%. Das bringt den italienischen Staat derzeit unter enormen Druck, denn er muss nun deutlich mehr bezahlen, um sich überhaupt zu finanzieren oder neu zu finanzieren. Zudem belastet die Zinswende auch die ohnehin angeschlagenen italienischen Banken. Sie sind die Hauptabnehmer der Staatsanleihen, die in ihren Bilanzen laut italienischen Bankenverband mit 422 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Dadurch geht das Schreckgespenst vom italienischen Staatsbankrott sehr schnell wieder um. Zuletzt stieg die Staatsverstüllung Italiens weit über 150% vom Bruttoinlandsprodukt in Klammern BIP. EZB erneuert Mario Draghi's whatever it takes. Oha, woher kommt das jetzt plötzlich? Pass auf, das Problem betrifft jedoch die gesamte Eurozone. Italien ist gemessen am BIP. Die achtgrößte Volkswirtschaft dieser Welt. Schon jetzt machen italienische Staatsschulden ein Viertel, gut zuhören, ein Viertel aller Schulden in der Eurozone aus. Also komplette Eurozone, nicht sozusagen nur ein Teil, sondern die komplette Eurozone, ein Viertel der Staatsschulden gehen nur von Italien aus. Ein Staatsbankrott Italiens hätte unweigerlich ein Scheitern der kompletten oder in dem Fall der gesamten Eurozone zur Folge. Das wissen auch die Währungshüter in Frankfurt extrem genau oder sehr genau. Deshalb bemühte sich die EZB auch umgehend, sofort danach, nach dieser Ankündigung, die Wogen an den Anleihenmärkten sofort zu glätten. Zwar war auch vorher schon klar, dass das Anleihenkaufprogramm eben nicht vollends eingestellt werden soll. Also aha, das ist wieder so Messen mit zweierlei Maß. In fällig werdende Anleihen wollte die EZB noch bis mindestens 2024 rein investieren. Also das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Doch angesichts der Turbulenzen an den Anleihenmärkten ging die Zentralbank noch einen Schritt weiter. In einer Sondersitzung gab die EZB nun vor kurzem bekannt, dass sie die ihrer Ansicht nach ungerechtfertigten Zinsaufschläge eindämmen wolle, um eine Zersplitterung der Eurozone zu verhindern. Dafür solle ein Antifragmentierungsinstrument geschaffen werden, das es der Zentralbank auch weiterhin ermöglichen soll, vorübergehend Staatsanleihen angeschlagener Volkswirtschaften aufzukaufen. Diese Ankündigung war nichts Geringeres als eine Beteuerung, dass das von Ex-EZB-Präsident in den heutigen italienischen Ministerpräsidenten, also Mario Draghi, ausgerufene Whatever It Takes weiterhin Bestand haben soll. Mit anderen Worten, das Geld wird weiter von Nord nach Südeuropa fließen, koste es was es wolle. Diese Ankündigung hatte den gewünschten Effekt, die Spreads zwischen zehnjährigen deutschen und italienischen Staatsanleihen gingen auf zwei Prozent sofort zurück. Damit wird es für Italien kurzfristig wieder etwas erschwinglicher, sich frisches Kapital an den Märkten zu beschaffen. Nochmal zur Erinnerung, zwei Prozent sind trotzdem noch mehr als mit den 0,6 Prozent, ja. Aber okay, also insofern dürfte es für Italien ohnehin trotzdem schwer bleiben. Das dürfte jedoch vor allem in Deutschland auch wenig Gegenliebe treffen, denn schon seit Langem geht hierzulande von einigen Experten und Ökonomen und Bankenvorständen etc. und so weiter, sieht die Kritik an der indirekten Staatsfinanzierung Südeuropas durch die EZB um. Entsprechende Klagen, und es gab also schon mehrere Klagen dagegen, vor dem Europäischen Gerichtshof in Klammern EuGH, waren allerdings bereits 2018 geschaltet. Der EuGH stellte in seinem Urteil, und ich habe ja gesagt, merkt euch die Zahlen, stellte in seinem Urteil fest, dass die Anleihenkäufe und die damit verbundenen Eingriffe in die Fiskalpolitik verhältnismäßig waren, unter einem Gesichtspunkt. Der oberste Gerichtshof winkte die Anleihenkäufe allerdings unter einer Bedingung durch. Die EZB müsse ihr gesetzliches Mandat erfüllen und die Inflationsrate in Nähe von zwei Prozent halten. Also das ist genau das, warum ich gesagt habe, merkt euch die Zahlen, wenn wir nochmal ganz oben gucken. Die Inflationsrate im Euro-Raum lag im Mai bei über 8,1 Prozent und damit viermal so hoch, wie das von der EZB gesetzte Zielmarke von zwei Prozent. Und warum sie das gesetzt haben, wird hier ersichtlich, die EZB müsse ihr gesetzliches Mandat erfüllen und die Inflationsrate in die Nähe von zwei Prozent halten, denn sonst können sie einfach nicht die Anleihenkäufe weiter so fahren, was den südeuropäischen Raum generell betrifft. Das wäre ihnen dann sozusagen verboten, laut Gericht, laut EuGH-Gerichtsurteil. Das sollte man ganz deutlich nochmal festhalten. Der gewagte Drahtseilakt zwischen Inflation und der Euro-Krise, das ist ein bisschen noch heftiger. Nun allerdings liegt die Inflation laut europäischer Statistikbehörde Eurostat über 8 Prozent auf ein Allzeithoch, maßgeblich ausgelöst durch die Geldpolitik des letzten Jahrzehnts. Also nicht durch den Ukraine-Russland-Konflikt, sondern durch die Geldpolitik der Länder, eben auch durch die Pandemie, beziehungsweise durch diese ganze Corona-Situation. Die EZB steht damit vor einer ihrer schwierigsten Entscheidungen überhaupt. Entweder sie beenden die Niedrigzinspolitik und das Ankaufsprogramm für südeuropäische Staatsanleihen, um die ausufernde, weitere steigende, kommende Inflation in den Griff zu bekommen. Das würde jedoch den Zusammenhalt des Euro-Raums und eine natürliche oder neuerliche Euro-Krise riskieren. Oder sie setzt das Anleihenkaufsprogramm fort, um eine drohende Euro-Krise abzuwenden. Dafür riskiert sie aber, dass die Inflation weiter steigt und Verbrauchern wie Produzenten gleichermaßen schweren Schaden zufügt. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, was sozusagen der EZB in der Hinsicht lieber ist. Ja, also ich glaube die Frage ist da für uns alle sehr schnell beantwortet, wie wichtig tatsächlicherweise die Menschen in Europa dann da sind. Ja, aber das ist nur so meine persönliche subjektive Wahrnehmung und Meinung dazu. Die hohe Inflation hat dabei nicht nur negative Folgen für die hochverschuldeten südeuropäischen Staaten, denn sie führt auch zu höheren Einnahmen durch gestiegene Verbraucherpreise. Zwar handelt es sich dabei nicht um eine reale Erhöhung des Wirtschaftswachstums per se, aber es könnte verhindern, dass Italiens Schuldenlast weiterhin stark steigt. Außerdem hat die hohe Inflation den Nebeneffekt, dass sie bei weiteren geringen Zinsen einen Teil der Schuldenlast weginflationieren. Und dank der Intervention der EZB kann sich Italien auch in Zukunft weiter refinanzieren. Doch die Rechnung geht nur dann auf, und das ist auch wieder genau der Punkt, wenn der EZB die Anleihenkäufe weiterhin durchwinkt, obwohl die EZB ihrem gesetzlichen Mandat nicht mehr nachkommt. Und daran melden einige Experten berechtigte Zweifel an. Ja, und das ist genau das, worum es geht. Derweil versucht die EZB die Märkte und ihre Kritiker an der Inflationsfront zu beruhigen. Ihre Prognose für der Inflationsrate für 2023 liegt bei 2,1% und wäre damit im Rahmen ihres Mandats zur Preisstabilität. Das Signal ist aber klar, die höhere Inflation ist nur von kurzer Dauer. Zwar lag die EZB in der Vergangenheit mit der Behauptung, die höhere Inflation sei nur vorübergehend, schon einmal spektakulär daneben. Doch das hindert sie überhaupt nicht daran, diesen Mythos weiter zu bekräftigen. Wie die EZB dieses Ziel erreichen will, wenn sie die Anleihenkäufe unter neuen Namen fortsetzt. Also nicht Peppek-Programm, sondern halt dann irgendwas anders. Und die Zinswende viel zu spät kommt und viel zu gering aus bleibt. Bleibt eine richtig große Frage und völlig unklar. Es ist buchstäblich ein Tanz auf dem Vulkan. Die EZB hofft einfach nur, dass die Verschleppung der Zinswende bei gleichzeitig hoher Inflation das Schuldenproblem Südeuropas mindert. Solange setzt sie ihr Anleihenkauf-Programm fort und hilft diesen Staaten bei ihrer Refinanzierung. Vorausgesetzt, der Europäische Gerichtshof schiebt dem Ganzen keinen Riegel vor. Dazu setzt sie darauf, dass die Inflation ab dem nächsten Jahr wieder fällt, bevor die starken Preisanstiege der Bürger auf die Straße treiben und die Volkswirtschaft in der Eurozone in die Knie zwingen. Geht die Strategie auf? Hat sie ihr gesetzliches Mandat erfüllt? Und eine drohende Euro-Krise abgewendet. Doch scheitert der Drahtzeilakt, könnte die Eurozone komplett in Flammen aufgehen. Dann hätte Europa nicht nur mit einer unkontrollierten Inflation zu kämpfen, sondern auch mit einer neuen Euro-Krise per se. Nur, dass diese Euro-Krise dann aufgrund der Größe der italienischen Volkswirtschaft um einige Dimensionen schlimmer wäre als die letzte. Dürft ihr gerne kommentieren. Also das ist ein sehr, sehr spannender Artikel, der nochmal so ein bisschen aufschlüsselt, was ist jetzt eigentlich hier mit der EZB und in was für eine Entscheidungsfindung steckt sie drin. Und inwiefern hat das Folgen für die Menschen in Europa, für die Menschen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und was auch immer. Und man kann davon ausgehen, dass es im Moment, ich sagte ja vorher schon, das ist so ein bisschen auch meine subjektive Wahrnehmung, aber ich denke, ich treffe da den Nagel schon recht gut auf den Kopf, den Hammer auf den Nagel so rum. Also wenn ich sage, es geht dabei nicht darum, die Menschen irgendwie etwas zu erleichtern und dass die Teuerungsraten für die Menschen wieder erschwinglicher werden oder irgendwie sowas. Leute, nein, das wird nicht passieren. Und ich bin, weißt du, überleg dir mal, wir haben jetzt den 7., also 9.7., ja. Und überleg dir mal, wo wir aktuell mit den Inflationsraten sind. Und dann überleg dir mal, dass die EZB jetzt noch behauptet, wir werden ab 2023, ab heißt ja ab Januar dann, weil das ist ja das neue Jahr. Also beginnend ab 1.1.2023, sich da noch hinzustellen und zu sagen, wir werden ab diesem Zeitpunkt eine Inflationsrate von 2,1% haben. Wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass die EZB maximal für dieses Jahr, zumindest laut diesem Artikel geht es so hervor, 0,25% erhöhen wird. Also wenn überhaupt, das steht ja auch noch aus, weil sie sind ja schon deutlich zurückgerudert und haben gesagt, okay, dieses Anleihenkaufprogramm, wir werden es halt dann umbenennen und dann halt trotzdem fleißig weitermachen. Liebe Freunde, unter diesem Gesichtspunkt, da sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir werden dann 2,1% Inflationsraten haben ab Januar, nur um dem EuGH in irgendeiner Weise noch entsprechen zu können, jau, jau, richtig stark gestückt. Dürft ihr gerne kommentieren, was ihr dazu meint. Ich glaube nicht daran, ja, aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht daran, dass das Ding innerhalb von den nächsten, ja, 3, 4 Monaten, 5 Monaten gegessen sein wird. Ja, glaube ich einfach nicht. Aber okay, dürft ihr gerne kommentieren, was ihr dazu meint. Ihr seid eingeladen, eure Meinung, ja, unter den Kommentaren zu posten. Bleibt bitte freundlich dabei. Ihr wisst es ja, es ist ein wichtiges Thema. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Ciao mit V. Kuss und viel Liebe. Euer Matze.